Wenn du mal so viel Gitarre gespielt hast wie ich, dass du das hinkriegst, ja? Ey! Oder das kannst du auch so, oder wie du es immer haben möchtest, kannst du das... Ey, das ist ja super, kann man das hier in der Kamera sehen? Ich bin auch damit schon im Zirkus aufgetreten. Da kannst du ja ohne weiteres auf jedem Behindertenpark was halten. Aber sowieso, jede Behindertentoilette steht mir offen.